wenigstens nach dem zweiten versuch im zweiten versuch geschafft es ist schon dieser gegner ist auch nicht so schwer da gibt es deutlich schwerere gegner so wir konnten nicht zurück mussten hier durch ja weil hier auch ein speicher ist fantastisch wir haben es geschafft aber das ist wie gesagt einer der einfacheren gegner so den bogen werden wir bald wieder brauchen ist da sonst noch irgendetwas wir könnten uns heilung wieder reinpacken bitte wir haben noch einmal vitamine und ein halber noch das muss erst mal reichen wir noch eben schnell dann würde ich auch gleich jetzt noch nicht ich warte ja noch auf eine szene sagen wir beenden ich warte noch auf eine szene auf dem maulwurf habe ich zwar auch gewartet aber ich warte noch auf was anderes wenn wir den ding zu erfinden danke und die sekund durch die tür kommen wir dann müssen wir die leiter gehen kommt die szene doch noch nicht hallo da ne kommt doch noch nicht dann kann das denn nicht jetzt sogar Was ist das? Was ist das? Well, I guess so. What strikes me is that it's still operational. That's amazing. What? What are you grinning about? Nothing. I... I was just thinking how happy I am. To share the sight with somebody. Before, I'd always been alone in my discoveries. The lights turned on. That might mean there's somebody up ahead. Hmm, maybe. Although in my opinion, I think we should go back where we came from. Well, I think we should go back where we are. sein. Ja, genau. Wir haben gespeichert. Ist nicht schlimm. Und weißt du was? Mir ist gerade wieder eingefallen, wann die Szene kommt. Das ist mir egal. Wir machen noch was anderes einmal ganz kurz, ganz schnell. Dann war es das für heute. Dann haben wir zwei Stunden aufgenommen. Ja, ja. Ihr geht mir auch so auf den Sack. Lasst mich einfach in Ruhe, ja? Ihr könnt mich so viel verfolgen, wie ihr wollt. Nicht mehr heute. Was ist das? Was hast du gesagt? Ich kann nicht hören. Ich kann nicht hören, wie ihr wollt. Du kannst dich nicht ernst nehmen. Nicht sagen, dass du mir denkst, dass du die Bühne aufgenommen hast. Aber sie ist in Ordnung. Und sie ist wundern für mich da unten. Quiet already. Am ich kidding? Once du hast deine Gedanken über etwas gemacht, da ist nichts zu schweigen. Was? Schweigen mich? Du musst nicht wissen, die Lingo. In any case, die Walkways vielleicht sind wirklich flimsy, so be extra careful, will you? Ja, ich will. Oben gehabt? Natürlich, in einem Moment. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Geschwisterliebe, wer kennt sie nicht? So, einmal kurz ins Handbuch gucken. Ist alles sortiert. Sieht gut aus. Wir haben einiges geschafft. Kommt mir zwar nicht so vor, aber wir haben einiges geschafft. So, dann bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut. Und wir sehen uns dann. Tschüss. So, und damit hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Fragile Dreams. Ihr seht, wir klären ein bisschen Veränderungen. Die Facecam ist bestimmt anders. Das ist nämlich jetzt eine andere Facecam. Ich bin jetzt schärfer und in HD. Jetzt seht ihr wirklich jeden Pickel von mir. Haare sind ab. In einer eigenmächtigen Aktion. Und das Neues Geld kann sein, dass es nicht ganz stimmt, da ich Mist gebaut habe. Wir sehen einfach mal, wie das Geld. So, wir müssen daher. Freude, Freude. Ich liebe diese Stelle. Komm. Und weiter runter gehen. Juhu. Wie tief geht das denn noch? Ah, okay. Du seid hier. Da. Sehe dich. Ja. Noch einer? Wer hat noch nicht. Wer will nochmal? Hier tun wir uns eher die Rohre an, denn... Ich weiß nicht, ob wir das gleich feststellen werden. Da, wo das Wasser herkommt... Da sieht man es schon, ist alles verrostet. Wenn wir schnell fallen. Ich möchte nicht alles nochmal machen. Da kommt mal ran bis auf den Meter. Da kommt mal ran bis auf den Meter. Da ist ja noch einer. Jetzt tue ich mehr. Ein bisschen erschrocken. Oh, Vitamine. Vielen Dank. Gut, dann gehen wir jetzt ganz vorsichtig darüber. Zeit, du kannst ruhig wieder auftauchen. Ach, wir sind schon auf dem rostigen Teil. Super. Ja, das sind ja großartige Aussichten. Überall rost und wir müssen daher. Ist das super. Ja, das ist ja großartige Ausschritte. Das ist ja großartige Ausschritte. Okay, das war's wohl. Das ist wieder mehr. Gut. Ein rätselhaftes Objekt. Vielen Dank. Will hier nicht mehr sein. Das ist gruselig. Mit der Höna ist noch am besten. Komm her. Ich hab was schönes für dich. Was, was? Wie hast du das? Okay. Weiter geht's. Ganz vorsichtig. Und streck nicht so den Hintern in die Kamera. Voll unangenehm. Wenn du das machst. Okay. immer noch. Ich trau im Brat noch nicht. mal. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Passiert nix. Gut. 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 War oben der Speicher? Wir testen einfach. Einmal schnell Speichern. Upp. Verdammt. Müssen wir so weiter. Außer unten ist ja. Habe ich aber nicht. Man sieht den Kater in der Facecam. Wie er sich putzt. Süß. Na komm, wo bist du? Weiter geht's runter. Seto. Lust. 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 Ähm, alles ist... passiert nix. Das ist ein verdammtes Spiel für Kinder. Ab zwölf Jahren, glaube ich. Macht mich doch nicht fertig. Stimmt's, Sai? Sai? Ja. Weiter runter geht es nicht. Hopp. Gebäude Vielen Dank.